Ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Story Mode mit Malkondo und Moolenya. Hallo. Hallo. Ja, ich drücke jetzt Spiel fortsetzen. Ja, tu das. Und wir schauen mal, was passiert. Yes. Auf jeden Fall ein Matschhaus. Ja, auf jeden Fall nichts. Und eine Errungenschaft, die du erzielt hast. Oh, safety first. Oh, jetzt sieht's schon besser aus. Ja, es sieht nett aus. Ja. Das ist der Shader. Ja. Genau. Ich hab gar keinen Cursor im Moment. Das irritiert mich. Lass mal lieber die Hand an der Tastatur. Okay. Äh, okay. Sorry about all that business last night. Honestly, I'm just... I'm more embarrassed than anything else. See anything? Hey! There's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Ja, jetzt darfst du auch wieder was tun. Ah. Wie an hochklettern, ja, das kann ich. Ja, wir hatten gerade schon besprochen, dass es ziemlich schwierig ist, hier drinnen zu bleiben. Ja. Als Let's Player. Ja, weil man so wenig zu tun hat. Ja, man wird immer wieder rausgerissen. Durch solche Dinge. Viel Story. Ja. Wir sollten jetzt rein. Aber lasst uns vorsichtig. Also wundert euch nicht, wenn wir mal wenig reden, auch wenn wir jetzt was sagen könnten. Äh. Das hört sich nur spinnen an. Ähm. Das sieht auch nach Spinnen aus. Ja. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Spinnenspawner da. Da irgendwo im Eck. Wahrscheinlich. Pass auf, da sind Druckplatten. Hast du gesehen? Hm, nee, hab ich nicht gesehen. Ich glaube, da waren Holzdruckplatten aufgebotet. Ah, wirklich. Ja, du hast recht gehabt. Das sind aber scheinbar... Oh, was war das? Das ist wahrscheinlich nicht ein gutes Ding. Oh, oh. Oh, oh. Die anderen haben das einfacher. Die laufen einfach durch. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das? Ja, was machen wir wohl, ne? Pfeil und Boden, ja. Ja. Muss man jetzt etwa die... Was muss man? Äh... Ah, man muss jetzt tatsächlich die Crafting-Rezepte wissen, ja? Ja, ja, jetzt musst du die Rezepte wissen. Also du kannst natürlich ja auch auf den Button Rezepte klicken, hier unten. Ach, da, ja, ja, genau. Und da wird dir das angezeigt. Ja, das wollte ich mal, das wäre ja schon ganz schön fies. Das brauche ich ja nun nicht. Ja. Oh, anscheinend doch. Moment mal, das wurde mal geändert. Ach, genau. Ah, ja. Ach, na dann. Schlagen? Was, schlagen? Schlagen? Das wird das schon sein, das ist wahrscheinlich falsch übersetzt. Ja, wahrscheinlich. Puff, huah. Yay! Beeindruckend. Die Ohren des Schweins. Beschwörungsraum, auch falsch übersetzt. Ich darf mich wieder bewegen. Mhm. Lucas, reden wir erstmal mit dem? Ja, mach das mal. Findet ihr was, was sinnvoll ist? Nicht sicher, was sinnvoll ist, aber definitiv interessant. Es ist eine Menge Geschichte in diesem Raum. Die Krieg war färs, aber der Ordner der Stöhne kam triumphantly, zu retten und zu verhindern, dass Frieden und Frieden für immer reichen würden. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place. As five heroes, they would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. This might explain why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to us. They lied to the whole world. Why would they do this? Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Ja. Only one way to find out. Was auch sonst, ne? Eben. Aber das mit Ivor, das wussten wir ja schon. Ja, im Prinzip schon. Dass der da mitgebracht hat. Das ist cool. Wow. Wenn man aufgepasst hat, ja. What happened to the walls? More like, what happened to this whole place? This must have been where they met. So, where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Grins. Ja, dann guck mal wieder, ne? Ja. Naja, ich rede erstmal mit den Leuten, das ist immer ganz okay. Ja, letztlich haben die zwar meistens nicht, nicht viel, ähm... Was schaust du? Nichts, was auch immer. Axel? Ich war nur versucht, zu herausfinden, was Petra könnte sein. Ich meine, ich weiß, sie wird gut sein, aber ich war nur interessiert. Wir werden sie finden. Sie haben wenig Konstruktives meistens beizutragen. Ja. Das stimmt schon. Aber manchmal bringt er das halt in der Story ein Stück weiter. Hier ist irgendwie, ist das blöd hier. So, Lucas. Findet ihr irgendwas, was interessant ist in diesem Buch? Das единige, was ich so weit gefunden habe, ist, dass das amulet wurde, um die Positionen der Mitglieder der Order zu tracken. Und, wie ist es, wie? Es ist weniger technisch und, äh, mehr historisch. Es ist eine Karte des gesamten Welt. Das ist viel besser als das am Endercon. Es ist das gleiche als das Amulet. Hm. Amulet verwenden. Soll ich das schon machen? Ja, ne? Weißt du, du kannst auch mit der Anna noch sprechen, wenn du willst. Ach, wir machen das mal. Und jetzt leuchtet das wahrscheinlich auf die Karte, ne? Sobald die Sonne aufgeht. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Was rede ich mit ihr noch? Ja. Wir sind im Tempel des Ordens der Stone. Der Ordens der eigentlichen Tempel. So, dann haben wir noch Ruben. Wohl nicht. Mh, anscheinend nicht. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwo langkomme. Ah, guck mal. Ui, das... Ah, verschiedenste Schalter. Damit kannst du das wahrscheinlich beleuchten. Wahrscheinlich. Oh, guck mal. Und, äh... Sitze. Sitze, genau. Wir verwenden den mal. Aha. Ach, jetzt hab ich den gleich wiederverwendet. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt einfach mal alle anschalten und mal gucken, was passiert. Ja, da müssen wir... Vielleicht ist es auch das einfach schon. Ja. Ah, okay. Da gehen verschiedene Lichter aus. Jetzt ist die Frage. Aha. Okay. Ja, es geht immer eine andere Kombination an. Ja, und du musst wahrscheinlich alle zum Leuchten bringen. Wahrscheinlich. Am Ende. Ähm. Aber wie? Jetzt ist die Frage, welcher Hebel macht welche Lichter an, ne? Ja. Mach doch einfach mal den zweiten jetzt. Genau. Gucken wir einfach mal. Mhm. Jetzt hast du zwei an, der hört und... Den mach mal wieder an. Mach mal den dritten oder vierten oder irgendwie sowas. Den da? Mal eben durchgucken. Okay, jetzt ist alles so geblieben. Trotzdem mal lassen, genau. Ah. War richtig. Super. Wow. Es ist absolut wunderschönlich. Absolut. Ja. Ah, guck mal, da sind wir die Positionen. Ja. Ja. Okay. Jetzt bin ich mir beeindruckt. Das sieht aus wie einiges Trägerungssystem. Es ist die Ordnung. Es zeigt, wo sie gerade sind. Oh, wie ist das jetzt? Schau, wir wissen nicht genug, wie es funktioniert. Vielleicht ist das Amulet nur die, wenn sie auf der Bühne sind. Oder vielleicht ist es nicht funktioniert, wenn sie auf der Bühne sind. Wir müssen uns aus dem, was wir wissen. Wir wissen, was wir wissen. Petra ist auf uns. Das Witherstorm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel was versucht, uns etwas zu erzählen. Wir müssen die Ordnung von der Bühne finden. Aber es gibt nur zwei Blights. Es gibt nur zwei Mitglieder der Ordnung? Er sagt, Soren ist weg. Das bleibt Magnus. Oder Eligard. Wir gehen. Ich bin nicht mit euch. Ich muss hier bleiben. Wenn ich weiß Petra, sie wahrscheinlich macht alles, was sie kann, um zu finden. Sie ist noch da. Sie muss hier sein. Nur... Bleiben Sie sicher, okay? Wenn es noch eine kleine Chance gibt, sie ist, dann muss ich bleiben. Geh, schau dir Hilfe. Ich werde mich auf den Ort auf der Bühne zu machen. Der Tempel ist ziemlich großartig. Wenn wir eine Chance haben, zu fortieren, dann werde ich ein paar Hilfe brauchen. Wenn, uh, vielleicht ein von euch, kann ich mit mir zusammenbleiben? Ja, so wie Olivia wird dich totalen, während ich und Jesse finden. Du finden Magnus? Du glaubst wirklich, wie das es geht? Wir brauchen Elogard, er ist das größte Enginheur des Weltkontrollen. Sie wird herausfinden, um das Ding zu verhören. Wir versuchen es zu zerstören. Und wenn es um die Destruction ist, Magnus ist der Master. Du bist eine smarte Person, Jesse. Obviamente, die smarte Sache zu machen, ist zu gehen Magnus. Ich denke Axel meint Elogard, Jesse. Äh, nein? Ich glaube nicht, dass ich es getan habe. Ich bin sicher, Axel meint Magnus. Jesse, das Punkt ist, ihr müsst euch nach Elogard gehen. Es ist die klare Entscheidung zu machen. Ihr seid mein bester Freund, Jesse. Weiß ich nicht. Also, ich würde mich für sie entscheiden. Olivia, wir gehen nach Elogard. Super. Axel, du bleibst hier mit Lukas. Und holst den Platz bereit für wenn Petra kommt. Was, mit dem Mann? Ich bin hier? Komm schon, Axel. Für Petra's sake. Okay, ich mach es. Für Petra. Ich nehme es. Leute? Oh Mann. Das ist nicht gut. Das sieht sich schön aus. Ich habe das nicht. Das ist eine große Herausforderung für Eligard, der Redstone-Engineer. Und sie finden sich in einem Ort von mechanischen Marveln, Redstone-Rarities. Wunderschöne Maschinen, verletzten nur von der Imagination von ihren brillanten Kreator. While the Great Storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Okay. Okay. Oh, guck mal, den Typen mag ich. Okay, die meisten haben das auch so gemacht wie du. Ja. Außer das erste. Das erste nicht, ja. Ja. Ja, das war schnell. Ja, das ging wirklich extrem schnell, muss ich sagen. Also das... Meinst du nicht, das geht hier noch weiter, wenn ich auf weiter klicke? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Klick doch mal auf weiter. Ich hoffe. Nee. Nee. Da haben wir jetzt den Abstand. Scheint dann tatsächlich zu Ende zu sein, schon die erste Episode. Also das ging echt schnell, muss ich sagen. Das war verdammt schnell. Also ich hoffe, dass die zweite Episode nicht noch irgendwas extra kostet. Hm, das werden wir sehen. Das ist ja schon... Das ist ja schon... Äh... Ziemlich, äh... Mhm. Kurz. Wann waren das jetzt? Vier Parts oder fünf oder so? Äh, ich glaube, wir sind jetzt am Ende des sechsten Parts. Oder sechs dann meinetwegen. Also das ist wirklich nicht viel gewesen. Nee, nicht. War jetzt... Also die Länge war jetzt sehr enttäuschend. Ja. Ich hoffe dann, dass Episode 2 recht schnell nachgereicht wird. Das hoffe ich auch. Und ja. Man hat ja zwar noch andere fünf Charaktere, die man spielen könnte, aus der Sicht der anderen. Das machen wir jetzt im Moment nicht. Wir warten jetzt auf die nächste Episode. Auf jeden Fall. Denn, ähm, ich finde Jessie ganz, äh, cool als Charakter irgendwie und kann mich ganz gut in sie reinversetzen. Ja. Na, und, ähm, ja. Würde dabei bleiben wollen jetzt erst mal. Ja, gut. Okay, dann, ähm, beenden wir jetzt an dieser Stelle. Ja. Wir lassen den Abspann noch für euch laufen, damit ihr noch ein paar Minuten länger gucken könnt. Ja, habt ihr wenigstens vielleicht noch was davon. Genau. Und dann, ja, sehen wir uns, äh... In einem anderen Projekt. In einem anderen Projekt oder eben bei der Fortsetzung. Genau. Also bis denn. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020